Für Hilgegarten brauchen wir ja auch noch eine Kistge. Äh, nicht. Für Hilgegarten brauchen wir eine Kistge. Scheiße, für Hilgegarten brauchen wir auch noch ein Gehege. Ungefahren. Also wenn das so ist, kann ich mir für Hilgegarten eine Kistge brauchen. Ich habe keine Ahnung, ob Gehege... Schreibt mir Hilgegarten so? Ich habe keine Ahnung. Hilgegarten... Ah, so schreibt man jetzt. Hilgegarten... Kistge. So. So, Hilgegarten Kistge. Dann hätten wir gehen bereit.